doch diesmal bringe ich auch noch weil ich meine stelle die schlampen schlampen weil sie schlampen sind ja sie sind großen schmerz servus youtube einmal des wäckert wieder ganz gechillt hier auf erneuten gameplay commentary begrüße und zwar ist hier meine freundin auch dabei kannst du dir mal vorstellen hallo steffi bim ist auch wieder da ja und im hintergrund aber vorab erst mal im hintergrund steht hier im letzten warfare mit 13 zu 2 gespielt mit der rk 12 glaube ich ja und ja auch ging eigentlich könnte ich jetzt eigentlich hochladen könnt ihr euch gerne wenn ihr wollt und bleibt deshalb bis dahinter dran und zwar würde ich mal ein paar infos raushauen oder will ich mal was raushauen nicht infos einfach nur raushauen dass ich nicht aufhören auf youtube sondern dass ich eben keine zeit habe mehr mehrere videos zu produzieren das ist bei steffi auch genauso ne ja das geht zeitlich ja nicht das ist für uns einfach ein viel zu schlässiger aufwand im moment diese waren gerade sozusagen in einer kleinen pause drin wo wir halt komplett nichts gemacht haben jetzt wieder ab und zu mal was hochladen und ja und ja wir sind auch so auf wohnungssuche wir wollen ja zusammenziehen und deswegen ist alles so zeitlich scheiße jugend sprache so gesagt scheiße ich will jetzt nicht scheiße raushauen und zwar wollten wir noch so ansprechen mit blogs weil eigentlich ich weiß nicht ob die das wollt oder keine ahnung meine sache ist blogs ich mache ich mache blogs wenn ich dazu lust habe oder wenn ich die gelegenheit nutze wirklich flocks machen könnte der macht auch blogs wenn wir sowieso schon draußen sind ja wenn wir draußen sind oder so wie gesagt die gelegenheit dazu habe kann ich auch blogs machen aber natürlich kommen auch wieder cod videos oder ich versuche wieder cod videos zu machen ich weiß nicht steffi hat jetzt ich und steffi haben jetzt eine ps4 die kamen sie macht glaube ich auch wieder mehr mehrere live streams ihr könnt auch mal einen komisch schreiben was hier an kopf die sehen wollt genau und zwar wollte ich noch ansprechen dem relax klan und auf den zv klan ihr können gelb lässt auf uns zu schicken lassen unten wie der link wo er zu schicken lassen können und ja das ist so eine webseite wo man zu schicken lassen könnten also videos zu schicken gameplays let's plays ihr könnt im clan auch gerne beitreten beide clans mitglieder ja ihr könnt auch sogar kommentator werden das alles möglich nichts ist unmöglich toyota wir suchen auf jeder konsole ob xbox playstation sogar pc ihr könnt einfach unsere whatsapp gruppe beitreten und dann wie gesagt allerdings unten in der video beschreibung könnt ihr mal alles so gucken bluppen tippen suppen als spaß der seite können alles mal können wir mal vorbeischauen und gucken wie er klar und so ist wie gesagt das noch eine aufbauphase da sind nicht viele mitglieder drinnen und sagen wir zwei sind gerade mal die zwei kommentator die gerade kommentieren und ja mal gucken es ändert sich ja da bald wenn wir eine wohnung haben machen wir auch mehrere videos wenn der zeit zu zeit zu haben weil ich gearbeiten sie geht auch bald arbeiten und das ist zeitlich auch schwer also so gesagt immer freitags oder so oder wie für so eine fast jeden tag zu machen aber wie gesagt es ist mal schwierig erst zur zeit ist es schwierig wenn wir eine wohnung haben überlegen wir es mal gucken wir es mal ob wir auch jeden tag hochladen können und dann wie gesagt wir geben euch dazu erst mal infos bevor wir irgendwas machen geben euch infos dazu und ja willst du noch was dazu sagen lasst uns doch einfach ein abo da das würde uns das wissen wir schon dass wir ein abo da verlassen müssen das ist egal na gut schwarze seite wenn euch wenn unsere kanälen gefallen dann lasst einen daumen da und ja kommentieren nicht vergessen liken disliken ist scheißegal like oder dislike ist es ist kostenlos ja eigentlich kostet das 5 euro 50 pro abo und einfach sollte ich kostenlos abonnieren ich frag mich warum die youtube immer sagen ich könnte kostenlos abonnieren na gut das war eigentlich wenn sie gefunden hat lasten dann also das was ist ihr mehr davon sie wollte wie das wort ist kein mord und er hat das letzte wort steffi hat das auch das letzte wort ich freue mich auf mehr let's plays und mehr mitglieder in unseren clans und hoffe ihr habt spaß